Keine Absicht Weißt du was, du könntest ja mal ein bisschen schneller laufen Entschuldigung Biegen sie rechts ab Fahren sie geradeaus Aber schneller Achso, ich muss mit ihm reden Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen Da, was so viel bedeutet wie Stoß Okay Da Da guckst du mal Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist wie der Schrei viel mächtiger Nutzt ihn weise Ah ja, steht drauf Was der Wulff da wird nun sein Wissen über da mit euch teilen Ach, den ich ganz gut gehauen hab Ach, der da Danke Ja, ich kann nicht werden Ah ja, okay Dafür kriegt jeder von euch einen auf die Nuss wegen dem Kopfweh Das ist also jetzt ein Anführungszeichen Kopfweh im Spiel Das hört sich an wie Amaterasu von Naruto Halt die Schnauze Halt die Schnauze Für ihr Penner Ach, das war nur zu geil Machst du auch sonst einen Bogen draußen, gibst du gleich eine auf die Nuss Zwar so Ich find's geil Ja, ähm Da steht auf der Quest jetzt drauf Das war's schon, ne? So, das waren die Quests hier, ne? So, Nebenquests Rot war Drohne schon ewig hier Verschiedenes Bei Liedner für schnelle Mon, hab ich's nicht schon gekillt? Sind's nicht die abgeschlossenen Quest schon? Ne Okay Okay, ich muss erst mal zu Delfin im Flusswald treffen Tja, dann Ich mein War schön mit euch gewesen Aber wenn's jetzt nichts mehr gibt, ne, dann Tschüss Ich will, ich werde, ich rede mal kurz Aber noch was ist Sorry, muss mich kurz muten Wegen Wuster Will ich mehr reden Boah, jetzt wird's in der Stimme schlimmer Also, er will nicht mehr reden, so wie's aussieht Okay Ich würde sagen Ich mach mal eine Aufnahme, der Stopp gerade Ist ein bisschen scheiße mit der Stimme Wir sehen uns im nächsten Part Und tschüss Cut So, da werden wir wieder Dieses Mal in einer komplett neuen Aufnahmesession Ich sehe es jetzt gerade hier am Datum Das letzte Mal war am 1.9.2013 Da haben wir den Save gespeichert Mittlerweile haben wir den Nikolaustag 6. Dezember, drei Monate später kommt die nächste Aufnahmesession Ich bin dabei Den Uploadplan ein bisschen zu optimieren Das heißt, in der Zukunft wird es so aussehen Dass die Folgen regelmäßiger kommen Genau, Uploadplan steht auf dem Kanal Ab sofort unter Infos drunter Und es ist so ein Richtwert, an den ich mich halten sollte Wenn ich einen Überblick habe Weil sonst, da ich nie wirklich einen hatte Ist es immer Chaos gewesen Jetzt habe ich mal einen gemacht Und so grob sollten die Videos kommen Wie es auch da steht So, ich will mich nicht laden Ich habe es schon geladen Ich befinde mich hier jetzt gerade immer noch in Bei den Graubärten Ne, warte mal Das einzige, was ich noch weiß War Hier, das letzte Mal Ich habe die ganze Zeit hier den auf den Kopf gekloppt Ja, genau die Szene Habe ich gerade nochmal nachgeguckt Damit ich genau weiß, wo ich stehen geblieben bin Und oh, ich muss mich wieder daran gewöhnen Bei der Mausempfindlichkeit Ich muss wieder so einen halben Kilometer fahren In Skyrim Weil sonst habe ich die Mausempfindlichkeit Immer so auf Extrem Wenn ich jetzt hier Das dauert ja ewig Ja, ich habe die Empfindlichkeit normalerweise höher Knie vor mir Uff Oh, da hat er gar nicht gezuckt Von hinten? Auch nicht Der ist auf Stein Eine Statue Eine magische Kraft So Ne, ich muss mal kurz wieder Mich ein wenig einrichten Ein wenig gucken Wo mir stehen geblieben sind Wie lief das mit dem ganzen Zeug Fertigkeit, Magie, Karte Blablabla Inventar Oder Die Skills Okay, Inventar war I X Wann man kurz Datmango Oh, wenn du C drückst Dann latscht er von alleine Wusste ich auch noch gar nicht Ähm Das war Shift S Das waren einfach nur die Dinge Ne, Tab S meine ich Boah, ich muss erst wieder reinkommen Achso, warte mal Bin ich jetzt gerade schleichen gewesen? Ha, schleichen verbessert Ich habe gar nichts gemacht Das war aus Versehen Oh Gott Ich muss erst mal wieder ins Skyrim reinkommen Schleich der immer noch wie bekloppt Ja, da steht immer wie bekloppt Kann ich mal hier Genau, genau Da ging es auf Okay So Ähm Bei den Was habe ich jetzt gedrückt? Pause gedrückt? Nein, ich habe den Chat geöffnet Oh Gott Was geht da? Ich habe Dinge noch nie gedrückt Habe ich nicht gedrückt überhaupt jetzt? Da, genau Auf das Ding Äh T Ne, das war warten Okay, warte, warte, warte Moment, ganz langsam Ich muss noch mal Waffe wegstecken Wie ging nochmal dieses Äh Skillmenü auf Von den Ah ne, oh Oh, F5 Oh Nein, nein Das wollte ich Also F5 für Minecraft Nein, 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 nein Achso, genau Das war jetzt der Sprintschrei Und Cool, ich habe alles durcheinander gehauen Ne, gut Äh Bei Tab Quests War die Frage Nicht neue Stufe Nicht wieder neue Stufe Ich bin tatsächlich schon wieder Neue Stufe Wo ist denn das hergekommen? Äh Magika natürlich Und ansonsten natürlich auch Zerstörung Ich habe zwei Talente zu verbessern Bei Experte Ne, da komme ich noch nicht hin Da komme ich noch nicht hin Du brauchst auch 70 Ne, 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 ne Das ist Ich bin eigentlich so weit Es geht wie ich kann Also Zerstörung habe ich halt 53 Grad Und für die nächsten Sachen Warte, steht hier Eis Ist Kälte Brauche ich 60 Hier brauche ich 70 Und da komme ich auch nicht mehr weiter Ne, ne, gut Ähm Mit Herstellung auch nicht Verzauberung Ich spare es mir Denke ich mal auf Oder so Rüstung und sowas brauche ich eh nicht Zwei nicht Bla, 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 bla Heilung vielleicht irgendwas Wäre noch das einzige Was sonst noch geht Irgendwas skillen Wo habe ich noch geskillt hier? Ich habe jetzt nur Zerstörung, oder? Genau So wie es sein soll Nur Zerstörung Ich sowieso das Chaos Allen Übels Ne, 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 ne Okay, das passt Zerstörung Gut, ich bin nochmal kurz durchgegangen Ich habe nicht darauf geachtet Wo die Punkte hier beleuchtet sind Ne, ne, ist schon richtig so Okay, okay Pass, 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 pass Da brauche ich erstmal nichts verbessern So Magik habe ich verbessert Ich muss nur nach den Quests gucken Ich weiß gar nicht Oh, P P, nein P war es auch nicht P war hier Die Skills nochmal K, L J J waren die Quests J Ah, da sind sie ja So Also Dann machen wir ein bisschen weiter Ähm Diplomatische Immunität Da bitte ich jetzt nicht hin Wo war es denn stehen geblieben? Ah, okay Genau Das war ja nach dem Drachen Und ich soll jetzt wieder In Flusswald treffen Ich hoffe mal, dass Ich habe keinen Spielstand geladen Den ich irgendwie verloren habe Oder so Da war ich nämlich schon Ich muss wieder Delfine in Flusswald treffen Und wo ging es denn hier raus? Irgendwie vorne ging es mal raus Da Da ging es raus So Und wir machen uns einfach mal Ganz geschmeidig auf den Weg Nach unten Und gucken wir uns das Ganze mal an Schnellreisemenü Müsste er gehen Karte kriege ich noch hin Und Ah, gut So Wieder eingefunden Alles passt Ja, es ist wieder Drei Monate her Was erwartet hier Drei Drei Monate Zwischenzeit Ja, so viele Die Spiele haben Verschiedene Tastenkombinationen Und bla Und muss wieder reinkommen Aber größtenteils ist es eigentlich Relativ ähnlich Aber trotzdem So Karte Ich würde gerne Nach Flusswald reisen Ne, das war der markierte Ort Flusswald war Weißlauf Dann war Flusswald Nee, 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 nee Da war Flusswald Ja, ich mache schnell Reisen nach drunten Zügisch Schon wieder Lardes Kreen Ich finde es immer lustig Die Texte, die hier stehen Liest sich keine so durch Genauso mit den Büchern Die es hier gibt Massig In den ganzen Dungeons Es gibt überall Bücher Wo Zeug drin steht Das alles geschrieben wurde Von Spieleherstellern Liest sich kein Spann durch Das werde ich im Let's Player Wahrscheinlich auch nicht machen Weil Ihr wisst ja, wie es ist Ihr habt keinen Bock Das könnt ihr euch selbst Lesen Theoretisch Wenn ich da Schöne Geschichte erzähle So Hier muss ich rein Vorsichtig Ja, ja, vorsichtig Ist ja gut Ich hoffe mal Das habe ich hier noch nicht gemacht Ich hoffe echt Dass es nicht die Quest ist Die ich schon abgeschlossen habe Ich glaube euch ist niemand gefolgt Kommt Ein Plan Achso Ne, die habe ich natürlich gemacht Wahrscheinlich Weil, ähm Jetzt hat sie gerade ihre Ausgerüstung an Ihre Ausgeklamotten Halt die Klappe So, genau in ihren geheimen Schrank Ich habe einen Plan ausgearbeitet Wie wir euch in die Botschaft Der Talmoor schmuggeln können Okay Äh, das ging ja schnell Aber kommt ihr nicht mit? Das wäre keine gute Idee Ich würde wahrscheinlich Die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken Aber euch Kennen sie noch gar nicht Ja, mich kennt keiner Ich weiß Äh, wie lautet denn der Plan? Wie soll ich mich da bitte einschleichen? Botschafterin der Talmoor Elenven Veranstaltet regelmäßig Feiern Bei denen sich die Reichen Und die Leute mit Beziehungen Bei den Talmoor einschmeicheln Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen Sobald ihr in der Botschaft seid Schleicht euch davon Und sucht Elenvens geheime Akten Ich habe einen Kontakt in der Botschaft Für diese hochriskanten Aktionen Ist er nicht der richtige Aber er kann euch helfen Er hat Malborn Ein Waldelf Hat jede Menge Gründe Die Talmoor zu hassen Ihr könnt ihm vertrauen Ich werde ihm ausrichten lassen Dass er euch im zwinkern Den Skewa treffen soll Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich Euch eine Einladung Zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit Wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt Noch Fragen? Nö, zu Malborn gehen dann treffen Ja, was Ne, genau Wie komme ich überhaupt erstmal drauf? Darum kümmere ich mich Achso Mit Einladung Ich dachte jetzt den Weg Solange ihr die Rolle Eines Speichelleckers Der Talmoor spielen könnt Werdet ihr an den Wachen vorbeikommen Ja, Schleim kann ich gut Wer singt da denn hier? Halt die Klappe Ups, 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 ups Das war ein Versehen Ich hab gar nicht gedacht Dass du gleich so aggressiv wirst Meinst du Leute Ich wollte dich nur zum Schweigen bringen Die Graubäder sind doch auch friedlich gewesen Ups, dollar Oh Gott, das wollte ich gar nicht Halt, 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 halt Das wollte ich doch gar nicht Ups Ich hab doch nur dir Klaps auf den Kopf gegeben Oh Gott Kann ich hier wenigstens Ja, warte, warte, warte Ja, ja, äh Karte Kann man ja schnell reisen Wenn man im Kampf ist Wäre jetzt gut zu wissen Ja Schnell reisen Ja, feine Nee, geht nicht Siehst du, dachte ich mir schon Ach nee Da vorne sind noch mehr von denen Oh Gott, das wollte ich gar nicht Muss ich jetzt hier einen auf, äh Ja, komm Ich wollte dir noch nur einen Klaps auf den Kopf geben Komm Bei den Leuten Weißer ging es noch auch Tut mir leid Jetzt tut mir Ja Ach ja, komm Alles nicht so geplant Tut mir leid Jetzt muss ich einen auf Gangster spielen Tja Jetzt muss ich einen auf Gangster spielen Kommt vor Schlüssel nehme ich mal mit Kann vielleicht nützlich sein Fackel Uppsala Ja, tut mir leid Wollte ihm nur einen Klaps auf den Kopf geben So, warte mal Da war ich schon War ich hier schon Ja, da war ich auch schon Hier war ich aber noch nicht Dann reise ich halt mal schnell hin Oh Gott Aussehen zum Gangster geworden Och Mann Ich glaube Ich glaube